Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, wir sind genau an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich versuche jetzt noch 2-3 Minuten lang den Eingang zu finden. Runter zur Unterwasser der Gazi Base. Denn da müsste die Modifizierungsstation sein. Und wenn ich sie jetzt nicht finde, dann glaub ich machen wir uns so allmählich auf den Weg zur Aurora. Dies ist auf jeden Fall eines meiner nächsten To-Dos. Wenn diese Höhlenpimmel wirklich nur 20 Meter höher wären, dann könnte ich hier so geschmeidig noch mit der Mod entlangfahren, aber diese Höhlenpimmel lassen es halt einfach nicht zu. Die lassen es einfach nicht zu. Scheiß Höhlenpimmel. Okay, verschwinden wir hier, weil das ist auf jeden Fall der falsche Eingang gewesen. Hey, normalerweise finde ich den Kack auf Anhieb immer. Gut, einmal habe ich ihn auf Anhieb gefunden, aber... Da war ich dafür noch nicht bereit. Das ist auf jeden Fall hier... Wir sind prinzipiell schon ganz richtig. Okay, riesen Trümmerteil. So, sehr nett, dass du jetzt endlich nachrennerst. Machen wir nochmal ganz kurz hier runter, Lucky Lucky. Ne, das ist auch nicht der richtige Eingang. Ich meine, ich weiß ja, wie der Eingang prinzipiell aussieht. Was macht denn der Sandshark da unten? Ein ganz lustiger Kandidat. Okay. Ganz kurz so gucken. Ne. Und ich hänge an irgendwelchen Höhlenpimmeln fest. Nee, 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 nee. Sandshark und Wurm. Richtig geil. Echt nette Gegend hier. Das ist wirklich eine nette Gegend für ein Wochenendehaus oder irgend sowas. Ja, ja. Kann man nicht verneinen. Wartet. Doch, man kann es verneinen. Ah, das war klar. Also, dass das jetzt der falsche Eingang ist, das war mir schon klar. Aber wie gesagt, der richtige Eingang ist an und für sich nicht so weit weg von hier. Die Frage ist nur, wo? Ja, doch. Wir sind schon gute Stöckchen entfernt. So nah an dem Trümmerteil war das nicht. Das war auch nicht weit weg von der Base. Das war so ein unscheinbares Loch im Boden. Hier waren wir schon. Wie gesagt, es war eigentlich eher unscheinbar. Guck mal hier noch so ein bisschen. Also, ich glaube, mich zu erinnern, dass es tatsächlich hier irgendwo war. Aber hier irgendwo ist halt... Ist halt eine Ortsangabe wie... Na. Näh, scheiß drauf. Die kriegen wir schon noch. Früh genug. Schade, dass mir das damals nicht aufgefallen ist, als ich unten war. Ich war nämlich unten. Mann, 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 Mann. Das lässt mir jetzt aber fast keine Ruhe. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich das schnell alleine suche. Eine Signalboje dort platziere und dann gemeinsam mit euch hingehe. Das wäre fast eine Idee. Wie gesagt, es war prinzipiell nicht weit weg. Aber ich glaube, ich könnte jetzt hier noch Stunden gucken und suchen. Es gibt halt so sack viele Möglichkeiten, wo es sein könnte. Das hier schaut nämlich auch schon wieder eigentlich an und für sich richtig aus. Das ist halt dieses Grasi-Plateau. Das schaut halt überall irgendwie ziemlich gleich aus. Es ist überall anders, aber es schaut trotzdem irgendwie gleich aus. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, auch wenn der Satz echt absolut keinen Sinn ergibt. Aber... Es ist schon irgendwo der Einstieg. Aber irgendwo halt, ne? Wahrscheinlich schwimme ich die ganze Zeit im Kreis drumherum. Ne, kein Einstieg. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß es leider, leider nicht mehr. Und hier... Auch eher nicht. Gar nicht gut Das sollten wir vielleicht echt noch schnell machen Bevor wir jetzt irgendwas anderes tun Weil die jetzt zu verlieren Habe ich eigentlich reichlich wenig Lust Ja okay Gehen wir hoch Ich weiß es nicht Ich habe gerade keine Ahnung wo es ist Ich muss irgendwann meine Boe da platzieren Und dann cruisen wir da gemeinsam hin Aber Das hier können wir uns noch reinziehen Wenn ich nicht schon war War ich da schon? Ja da war ich schon Geil Erfolg pur Leute Rettungskapsel 4 War das die bei der Aurora? Moment so viel Zeit muss sein Ja Rettungskapsel ist 4 ist die bei der Aurora Wisst ihr was? Ich tue jetzt mal saven Einfach mal just for fun Weil wir schon so viel So viel Zeit hier verschwendet haben Okay das ist ein ziemlich dämlicher Grund um hier jetzt noch ein bisschen Zeit zu verschwenden Aber Es ist dunkel Und wir alle wissen dass Reaper in der Dunkelheit Angst haben Okay das wissen wir jetzt nicht wirklich Und es macht auch keinen Sinn Aber wir können jetzt einfach mal von der Von der Annahme ausgehen Auch wenn sie Keinen Sinn macht Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt einfach mal von dieser Annahme aus Und gehen darum Ganz kurz Hier rein So und angeblich steht Ach da Tatsache Kreaturenköder lockt Lebewesen An seinen Standort Kann von Hand bla 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 Den haben wir doch schon Den haben wir doch schon gehabt Aber okay Hat mir nämlich jemand in den Kommentaren geschrieben Dass dran steht Was Was drin ist Das ist mir wirklich noch nie aufgefallen Danke hierfür Und jetzt versuchen wir da tatsächlich Ganz vorsichtig In die Aurora rein zu dippen Wenn wir jetzt hier schon in der Nähe sind Boah das ging So weit So weit ganz gut So Dann legen wir mal an Hey Geil War jetzt nicht das was ich geplant hatte Aber hey Wieso nicht Wie gesagt Bietet sich einfach an So Nächster Ich weiß Hier sind noch welche Es war nie so wenig Ich höre ihn doch Da ist er Und ich glaube da ist noch einer Und der erschreckt mich mit Sicherheit gleich Okay Moment 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 Okay Das waren aus meiner Sicht Früher mehrere Aber gut Was soll's So Machen wir mal hier den Weg frei Habe ich das Ding eigentlich schon gescannt Ja Habe ich Habe ich das Ding eigentlich schon gescannt Ja Habe ich Gut Und damit Wären wir schon mal hier drin Das war jetzt nicht so schwer Ich meine Ist jetzt auch nichts neues für uns Also In die Aurora rein dippen Das haben wir jetzt doch schon zwei, drei Mal gemacht Größeres Feuer Geh weg Ja Ist aus Bilde ich es mal ein Oder neue Neue Melodie hier Okay Das Passwort erst mal Das müsste ich mir mittlerweile eigentlich auch schon gemerkt haben Aber nö 6483 Seemann öffne dich Und ein Datendownload Bauplan fertiggestellt Abstoßkanone Wow Danke Freut mich Freut mich Ungeheu Nein Eigentlich weniger Naja Man soll sich nicht beschweren Geschenken, Gaul und sowas Ihr wisst das Nicht funktionsfähig Nicht funktionsfähig Nicht funktionsfähig Aber nicht funktionsfähig Habe ich kein Interesse Den Arm Nicht Habe ich schon Brauche ich nicht Habe ich schon Werde ich nicht mehr Ich kann jetzt hier die ganzen kleinen Behälter Natürlich mitnehmen Aber Brauchen wir nicht So Laserschneider Dann schnipseln wir uns doch hier schnell ein Loch rein Okay Schnell ist vielleicht ein bisschen übertrieben Bleiben wir einfach bei Schnipseln wir uns ein Loch rein Das läuft schon mal so ganz gut Ich hole erstmal hier Luft Ganz kurz Luft holen Und dann Können wir uns den Quatschkopf da unten an Wieso erzählt der denn nichts Der hat doch bisher Bisher hat er doch was erzählt Fahrzeuge Seemotte Seaglide Zyklop Ausrüstung Bestellanzug Stasegewehr Hm Also bisher behaupte ich Hat er Irgendwas Also irgendwas hat er doch immer gequatscht Haben sie das wieder ausgebaut Ihr Schweine Ihr habt die Stimme getötet So Hier kann ich ganz offensichtlich Nicht weiter Ich warte ja eh immer darauf Dass hier irgendwann mal ein Upgrade kommt Und man hier irgendwo nochmal den Den letzten Code finden kann Wer weiß Vielleicht ist es schon so weit Man weiß es nicht genau Theoretisch liegt ja hier irgendwo Die Taschenlampe wieder rum Die Frage ist Ist mir die das Heute wieder wert Oder Sage ich scheiß auf die Taschenlampe Den nehme ich mal mit Den könnte ich gebrauchen Dass ich immer auf der Suche nach dieser Gottverdammten scheiß Taschenlampe bin Ich hab sie gesehen Irgendwann mal kostet mich die das Leben Eigentlich weiß ich gar nicht Wie ich da dann immer vorbeischwimmen kann Weil die ist eigentlich offensichtlich Und genau auf unserem Weg Einmal hier durch Einmal hier durch Und dann so hier lang Wo blitzt es denn daher? So Naja Egal Dich müssen wir reparieren Dich Dich Und Magie Absolute Magie Gut Dann Wenn wir schon hier sind Nehmen wir uns natürlich gleich ein Prawn mit Da hoch geht es immer noch nicht. Keine Ahnung, ob das da jemals hochgehen wird. Er heißt immer noch Prawn. Wieso heißt jetzt immer noch Prawn? Und was ist Krebs? Okay, ich brauche unbedingt was zu trinken. Und das brauche ich relativ schnell. Jetzt nicht so schnell, dass ich eigentlich hier keine Zeit mehr hätte, aber trotzdem. Ich mag jetzt hier kein Risiko. Da jetzt nicht so den Bock drauf. Und ich meine, das ist ja gleich hier rechts. Komm her. Runde damit. So, läuft. Dann können wir nämlich nochmal schnell hier unten den guten alten Krebs fertig scannen. Da unten ist noch das Ding. Die... Na, sagt schon. Okay, ich muss runter. Falschaden. Ich hätte es fast vergessen. Aber das Spiel erinnert einen immer sehr gerne. an so kleine Malheure. So, komm schnell. Scannen. Bevor das Feuer hier wieder loslegt. Und dann den hier. Dann haben wir auf jeden Fall den Prawn auch. Fertig. Perfekt. Und er heißt nicht Krebs. Mann, bin ich froh. Ich hatte echt befürchtet, dass sie ihn Krebs genannt haben. Aber ich habe keine Ahnung, was dann Krebs ist. So, das ist wichtig. Haben wir sonst noch irgendwas hier unten, was wichtig war? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass hier noch irgendwas ist, was wichtig ist. Jetzt ist das große Rätsel. Ich weiß nämlich nicht, ob die Rakete in dem Update schon drin ist. Da bin ich mir nicht sicher. Die wäre hier. Keine Ahnung, ob wir irgendwo einen Key finden. Also die Tür wäre an und für sich immer noch versperrt. Aber vielleicht finden wir noch irgendwo einen Key. Okay. Wenn wir jetzt eh schon hier sind, dann gehen wir hier so sequenziell durch. So. Badge. Wups die Wups. Wasser. Poster. Nackte Frau. Nein, da nicht. Und? Nö, nichts drin. Nope. Ich warte nämlich echt noch auf den Tag, dass da irgendwann mal was drin ist. Das erwarte ich eigentlich mit jedem Update. Jedes Mal, wenn ich an diesen Taschen drin bin, da denke ich, okay, jetzt haben wir es gemacht. Jetzt ist etwas drin. Neue Blueprint acquired. Nein. Keine Schweinereien. Keine Sauereien oder irgendetwas. Gut. Dann haben wir den Raum erledigt. Und welche Notizen. Nope. Gut. Da brauchen wir noch den Code. Den Mülleimer haben wir schon. Ist hier ein neuer wichtiger Stuhl. Ist es nicht. Gut. Den Code brauchen wir noch. Da kommen wir her. Nope. Aber hier wichtiges Poster. Wichtiger PDA. Bilde ich mir das ein oder ist hier weniger Loot als früher. So. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Im Krebshanker. Das Ding heißt doch Krebs. Ich sag's euch. Die haben das Ding umgetauft. Ich sag euch. Das Ding heißt Krebs. Nur haben sie es da irgendwie noch nicht um. Da steht zwar noch Prawnanzug. Aber ich bin mir sicher. Das Ding wird ein Krebs. Also da könnte ich ja drauf schwören. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich hab doch schon Arme von ihm. Da. Krebs. Anzug. Torpedo Arm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ob der Krebs was anderes. Naja. Ob die den jetzt wirklich umgetauft haben. Oder nicht. Aber. Ich glaube fast schon Leute. War hier immer schon so ein großes Feuer. Die hatte noch 1%. Also die 1% hätten wir schon noch rauszuzeln können. So. Oh ich werde wieder von hier geschoben. Das ist immer noch so geil. Dass mich die kleine Feuerlöscherflasche. Schieben kann. Das finde ich immer noch awesome. So. Das nehme ich mit. Die nehme ich sowieso mit. Ne. Ne. Es kommen keine neuen Codes Leute. Es kommen einfach keine neuen Codes. Aber es ist diesmal alles auf Deutsch. Ich glaube das ist neu. Also wer Bock auf lesen hat. Ihr kennt das Späßchen ja mittlerweile. Einfach Pause. Einfach Pause drücken. So. Kennen. 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 Kennen wir. Kennen wir. Nein. Öffnen. Und wenn man. Andere Leute. Ihr. Ihr Zeug durchsuchen ist immer noch super. Macht mir immer noch Spaß. Die Taschen von anderen durchstöbern. Und wenn man dreckige Unterwäsche findet dann schnuppern. Nein. 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 Dann haben wir hier schon drin. Da drin. Da behaupte ich es nicht. hier eine wasserflasche man sieht in dem universum trinken die leute nur wasser sehr sehr gesundheitsbewusst keine säfte oder softdrinks oder irgendein rotz sondern nur wasser gesundheitsbewusst gut das nehme ich auch mit dann haben wir den teil auch erforscht so meine freunde mit der forschung der räume machen wir jetzt auch einen kleinen cut wir sehen uns dann beim nächsten mal ich hoffe wir haben spaß bewertet das video schlechte kommentare und wie immer abonniere meinen kanal würde mich megamäßig von final zu gucken wir sehen uns bald wieder bis dahin